Wir warten gerade mal auf den Letzene Ich hoffe diesmal springt nicht wieder einer ab Ähm Naja Blatzeeg Okay Nimm Shadowfind als Support Warum nicht? Warum nicht? Naja, ich muss ja eh noch Support machen Ich muss ja eh noch Support machen Hier kommt ein Nuke Disabler Gut, das war Ach das, ja genau Disabler, weil rein saugen und Ähm Schadensverstärkung, klar Shadowpoison Shadowpoison Release Und Demand Purge Schauen wir mal auf, irgendwie mal da war was What the heck, was hackt der denn? Was hackt der da auf seiner Tastatur rum? Das war mein Gefasst zur Hölle Wenn die weiter so quatschen, werden die muted Unglaublich Das ist natürlich klasse, ey Und ein Monster Geiles Line-up wird Carries wir haben praktisch keinen beschissenen carrie da und die haben terrorblade und die haben boom legion sobald wir ins late game kommen sind wir sowas von am arsch die haben drei carries die im late game richtig stark sind zusammen mit badrider und boom die so viel slow haben und boom der jeden mit wenig leben mit seiner ulti einfach killen kann traurig vor allem undang ist auch noch ein support und na da nicht geschafft Das ist eine Scheiße. Keine Reaktion. Geil. Das ist jetzt so traurig. Na danke. Was ist das denn für ein... Ah, wieso bin ich denn jetzt auf... Ich könnte gotzen. Unglaublich. Scheiß aufs europäischen Server. Ein Delay von sonst was. Ja. 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 Warum habe ich immer Rosen und weiß nicht was das andere für eine Sprache ist. Wahrscheinlich eine Erfunden oder so wie das aussieht in den ganzen Zahlen drin. Ja. 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 Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Wirklich. Ich? Werickst hab's gedacht nach einem 10 Minuten Kampf kommt da keiner hin. Eine Basically die Woche Cohort, die Büro es ist einfach nur traurig so was spielen zu müssen kein Helden der im Late Game irgendwie es schafft stärker zu werden als keine Ahnung wenn Legion sein Duell hat sind wir sowieso komplett hinüber weil mich kriegt er auf jeden Fall Warlock auch Undying höchstwahrscheinlich auch Raid King wird der einzige sein wo es vielleicht schwer wird ihn zu killen es wird wirklich der einzige sein es wird wirklich der einzige sein die 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 Unglaublich, wie krass. Volles Mana und holt keinen Stun raus. Nein. Kein Counter-Pick. Als nur... Ich will jetzt unbedingt den spielen. Ich will jetzt ein bisschen spielen. Wir haben mal so viele Supporter da. Einfach total übertrieben. Ich bin ein paar Applaus. Ja, sonst geht's. Schuss. Ich bin ein paar Applaus. Ich bin Ungebrecht. Ich bin kein Schrauss. Ich bin ein paar Beidegarten. Ich bin ein paar Schauschs. Keine Chance. Dann gehen die hin und sagen sich so, jetzt diese Runde spielt die Support, suchen sich die Support aus, gucken gar nicht nach dem ganzen Rest, nehmen einfach nur den Support. Anleihen ist so gut wie wieder tot. Schön. Hm. 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 Ja. 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 Ja, Andy. Coming in is mine. Ja. 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 So, war schön. Und keiner will mal pushen. Ist egal. Wollen wir ja nicht. Was für Leute spiele ich denn hier? Der steht nur beim Tower. Das ist einfach so erbärmlich. Du kannst keinen Schritt nach vorne gehen, weil kein Vollidiot mitkommt. Selbst wenn ich als Carry spielen würde. Es bringt einfach nichts. Und ich kann wieder nicht. Ich weiß nicht, was ist real, Shadow Demon. Was kann ich denn da machen? Hm, ich bin ja wieder 7. 7, 9, 9, 8, 9, 12. Wir haben 7, 10, 12. Oh. Okay, bleib ich eben beim Tower stehen. Ja, ich habe einen Geraden. Unwning. although bei dem Einmal paar Geys. Dieãosnotizieren. Der Doktor auch? kannsieren. Das hat mal gar nichts gemacht. Der hat seine... Der hat seine Ulti. Wenn der den da runter holt, hat er den Stunt vom Baum. Der hat den Stunt vom Baum. Ich glaube, das ist so. Das ist so, 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 so lächerlich. Das ist einfach nur so absurd lächerlich. Das ist einfach nur so, so, so. Das ist einfach nur so, so. Das ist einfach nur so, so. Ach, wirklich. Erstmal, dass ich da einen guten Move gesehen habe. Struktures, attack the heroes! Struktures, attack the heroes! Oh, okay. Das wäre so lächerlich. Das wäre tatsächlich so lächerlich. So, jetzt hat mir irgendwer wieder meinen Kurier geklaut. Das ist natürlich genau das, was sich jeder wünscht. So, man, da kommt jetzt zu. Oh, okay. 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 Was hat das noch drin? Das ist so unwahrscheinlich. Vor allem, dann wollen wir schon... Es steht kein Wort da. Ich würde ja einkaufen und da hinstellen, aber das geht ja nicht, weil die ausverkauft sind und an irgendwelchen total sinnfreien Stellen stehen. Aha! Doch einer, der nachdenkt. Weil ich nicht verstehe, Hmm... Hmm... Ops! Wow, das scheint fast so. Boah, ist aber mit Schaden so echt nicht was machen können. Ich bin echt erstaunt, was das funktioniert. Ja, wie gesagt, wir haben halt keine Damage, ne? Ist irgendwo grundsätzlich das Problem. Ich hab recht wenig Mana Regen. Das ist schon... Naja. Meine Ulti verbraucht schon einiges. Nein. Okay. Okay. Mehr kann ich nicht machen. Und ich bin tot. Tja. Können die Vollidiot mich auch noch so anpingen wie sie wollen? Was? Das funktioniert einfach nicht. Das Level 13 Raid kill. Level 15 Liden jagt. Ohne Echo Subtle. Oh, unaufragend. Wunderbar. Eine unserer wenigen Chancen. Wunderbar. 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 So. Wunderbar. Wunderbar. Also. hätte ich wohl doch damit bleiben sollen der einzige der hier wirklich Schaden verursachen kann ist Raid King und ohne Echo Subber ist das doch relativ schwer muss man schon sagen oh nein da kann es noch so lange stehen es kommt einfach keiner es kommt einfach keiner und vergess es so Monkey King festhalten das ist lächerlich oder was soll denn das jetzt bitte what the heck der hat aufgegeben das gibt's einfach nicht did you notice they're attacking your bottom tower dire structures are fortified your bottom tower Was ist das da? Dass der Hut einfach raus ist? Damit hätte ich über Leben nicht gerechnet. Ja, Wallow, dann könntest du auch mal... .... Fahhh... Mh, maaaain... Das Mal haben wir hier... Da war, vielleicht nicht... Das war's für heute. Das ist doch echt unglaublich. Das ist doch echt unglaublich. Das stimmt. War der da nicht? War der da nicht? Ich werde darauf wetten können, dass da Doom war. Oh ja. Wow. Was ist das denn? Mini-Booms? Was geht denn jetzt? Ich hab nichts zum Abhauen. Und ich bin tot. Keiner von diesen schwachen Marten macht irgendwas. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein, wirklich? Verweigt er sich nicht mal. Unglaublich, was sagt der denn für... Was ein Talent! Das ist ja... Wie sagen die dazu so schönen Micro-Skills? Ich hab ja gerade so das Talent, eine Figur zu steuern und das wechselt zwischen den Figuren. Das ist dann ja bei... Weiß nicht... Ich bin hinten... Wenn wir das tatsächlich gewinnen... Ich mein, es sieht alles danach aus, aber es ist... Es ist einfach nicht richtig. Es ist einfach nicht richtig, dass wir das gewonnen haben. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Entsättlich... Ich bin tot. Erst... Dieses Kram hätte ich gar nicht mehr benutzen müssen. dieser micro skills die 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 Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht, dass das funktioniert. Ich glaub nicht, dass das funktioniert hat. Das ist so unglaublich, dass das... Ich glaub's nicht, dass das Problem ist. Die Begriffe sind in der Mitte. Du kannst deine Sealeggen. Die Begriffe sind in der Brache. Die Begriffe sind in der Brache. Die Begriffe sind in der Begriffe. Die Begriffe sind in der Brache. 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 Das ist einfach unglaublich, dass das funktioniert hat. Turnage Das ist unglaublich. Wie haben wir es geschafft, das zu gewinnen? Nein. Nein.